Armut ist jedenfalls mehr als materielle Armut. Die geistige Armut, die seelische Armut, die mitmenschliche Armut. Es geht natürlich auch um das Thema Bildung, es geht um das Thema Entfaltungsmöglichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten. Die Chancengleichheit, die manche sagen, dass sie gibt, da glaube ich nicht dran. Armut ist Mist. Armut ist zu bekämpfen. Beim letzten Mal war Jörg Asmussen hier und er hat erzählt, dass er seinen Karriereweg vom persönlichen Referenten zur EZB ganz gut geschafft hat. Sie haben es auch geschafft vom persönlichen Geheimsekretär, wie es im Kölner Schematismus so schön heißt, zum Kardinal von Berlin. Man sieht also, aus persönlichen Referenten kann doch was ganz Interessantes werden. Ja, wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Volker Wiebrecht. Ich bin der persönliche Referent von Michael Wedell. Vielleicht wird er noch was haben. Wer von Ihnen ist denn katholisch? Das will man ein Heimspiel nennen, Herr Wölki. Nehmen wir an, alle, die die Hände so haben, sind Protestanten. Katholik. Ja, katholisch. Ich bin evangelisch. Ich bin Alevit. Wir sind quasi die Protestanten des Islam. Reinig-katholisch. R.K. Das ist ja die Abkürzung für römisch-katholisch. Und im Rheinland sagt man, ja, rheinisch-katholisch. Ist jemand von Ihnen Atheist? Ja. Materialist? Jetzt habe ich bitte mal alle Hände oben, oder? Wir befürworten die soziale Marktwirtschaft und vielleicht darf man auch ein wenig mit Stolz sagen, dass wir mit dem, was wir gemeinhin als katholische Soziallehre bezeichnen und verstehen, auch am Anfang ein gutes Stück mitgewirkt haben, dass so etwas wie soziale Marktwirtschaft hier in unserem Lande etabliert werden konnte. Und gleichzeitig passt dann aber auch kein Blatt zwischen meine Position und die Kritik von Papst Franziskus an einem ungezügelten Kapitalismus, der tatsächlich tötet. Womit ich dann jetzt endlich bei dem Thema wäre, zu dem Sie mich eingeladen haben, über Armut und Überfluss zu reden, das ist für einen Kardinal der katholischen Kirche gegenwärtig gar nicht so einfach. Angesichts der vergangenen Wochen und Monate. Überfluss. Ist Überschuss oder ist es überflüssig? Das ist eine schwere Frage. Überfluss ist dann problematisch, wenn er auf Kosten anderer erzeugt wird. Sie sind zu Recht stolz auf 5 Millionen Beschäftigte und auf einen Jahresumsatz von rund 800 Milliarden Euro. Der Handel profitiert vom Bedürfnis der Menschen, sich gerade zu Weihnachten gegenseitig etwas Gutes zu tun und schöne Dinge zu verschenken. Und das ist ja auch gut so. Ich tue das auch und ich freue mich auch über das, was ich geschenkt bekomme. Ich wollte Sie fragen, ob Sie da nicht ein gewisses Paradoxon sehen in der Tatsache, dass wir ja gezwungen sind, immer mehr Überfluss zu produzieren, um zu verhindern, dass immer mehr Menschen in Armut versinken. Ich denke, dass wir klar haben müssen, dass das Geld zu dienen hat und nicht zu regieren hat. Und dass der Mensch im Mittelpunkt der Wirtschaft steht und nicht nur der Profit. Dass wir nichts gegen Profit und Gewinnmaximierung haben dürfen, aber dass der Profit immer auch ethisch wird, wenn er in entsprechender Weise auch dem Gemeinwohl mit zugeführt wird. Erst wenn ich selber genug habe, komme ich doch überhaupt in die Lage und sage, Oh, ich bin satt, es geht mir gut, jetzt kann ich mich den anderen zuwenden, ich teile das gerne. Wo fehlt es denn dann, wenn wir das alles schon eigentlich verstanden haben, wir, denen es ja eigentlich gut geht? Es fehlt einfach an unserer Aufmerksamkeit, auch politisch an der entsprechenden Aufmerksamkeit, die andere Realität wahrzunehmen, die ja auch da ist. Wir brauchen solche Kirchenmänner, sage ich jetzt ganz bewusst, die auch Dinge anmahnen, ansprechen, die aber mitten in der Gesellschaft stehen und nicht irgendwo abgehoben sind und das ist bei ihm offensichtlich der Fall. Armut kann man nur mit viel Geld bekämpfen, richtig oder falsch? Armut kann man zunächst mal mit Bildung bekämpfen. Dass die Strategie der Armutsbekämpfung nicht darin besteht, Menschen einfach Geld zu geben und sie möglicherweise dann auch in dieser Abhängigkeit zu zementieren, sondern dass die wichtigste Strategie zur Armutsbekämpfung eben Bildungsreichtum ist. Dass Menschen die Möglichkeit bekommen, in einen ordentlichen Beruf zu gehen und damit sozusagen aus ihrer eigenen Händen Arbeit auch leben können. Ich wünsche mir, dass es zwischen Kirchen, den Kirchen und dem Handel noch mehr Kooperationen gibt, um Armut entgegenzuwirken. Wir müssen uns frei nach dem Motto der Caritas Not sehen und Handeln konkret in der Bekämpfung von Armut engagieren. Und hier besteht schon seit langem eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Handel, den Kirchen und anderen sozialen Einrichtungen wie beispielsweise den Tafeln oder der Charity Baum, den ich in einem großen Berliner Kaufhaus entdeckt habe. Man darf da nicht nur nach dem Staat rufen, der Staat darf und kann das auch gar nicht alleine machen. Der Staat muss einfach die Rahmenbedingungen dafür schaffen und dann muss die Wirtschaft, dann muss die Gesellschaft in diesem Rahmen einfach sich bewegen und dafür sorgen, dass es vielen Menschen besser geht. Ich danke für die geschätzte Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen frohe Weihnachten. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Wir sind im März wieder hier zusammen. Dankeschön. Applaus 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 Applaus